Ich will das Idol ins Bankschließfach bringen. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Entschuldigen Sie, Mr. Shintops, Sie stehen im Weg. Zisch ab, Fester! Was nehmen wir denn da? Wir nehmen doch das Erste. Oh, wirklich? Ich weiß ein wirklich sicherer Locker, du könntest es in. Davy Jones Locker. Hand over your sword. Uh-oh. Das ist der Ende der Straße, mein kleiner Pantaloon-Pal. Deine Troublem-Machen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen-Daisen. So ein fieser Kerl, der Mr. Shintop. Äh, Fester-Shintop. Ja, nimm doch einfach das Idol, oder nicht? Okay, das war wirklich einfach. Ja, nimm das mit. Ja, das war wirklich. Was war das? Ich bin so confused. Hey! Was machst du gerade auf? Der Gouverneur hat sich getötet. Was? Von whom? Und was hast du gemacht? Geschlafen? Wo sind sie hin? Warum werden wir sie nie wiedersehen? Ich hole ein Schiff, eine Crew und rette sie. Und was hast du gemacht? Geschlafen? Lechuk hat den Gouverneur zurück in seinem Schiff auf Monkey Island. Ich bin froh, dass kein Pirat auf dieser Schiff ist genug genug zu folgen. Aber hey, gute Glück. Oh, ja. Ich habe fast vergessen. Sie haben diese Note gelegt. Du kannst es, aber ich glaube, dass du nicht magst, was es sagt. Ach ja, und schon ist die Lane jetzt weg. Mit freundlichen Grüßen. Immerhin mit freundlichen Grüßen. Ach, der unglücklich verliebte Lechuk. Ja, ja. Geh mal hier rüber. Ähm. Wir haben ja noch das Idle. Wir machen das jetzt erstmal fertig. Ei. Wo sind sie denn alle? Hallo? Was ist los, alter Trunkenbold? Was ist los, alter Trunkenbold? Was ist los? Die Gouverneur ist weg. Lechuk und seine Spektral Crew kamen und sie hat. Sie hat sie in der Schiff in der Schiff und sie weggebracht. Sie war so gut für mich. Sie hat mir immer conveniently verloren. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Warum sollte ich das tun? Wo kriege ich ein Schiff her? Wirst du mich begleiten? Genau, ich bin schon weg. Hol mir einen Drink. 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 Wo kriege ich ein Schiff her? Wo kann ich ein Schiff her? White Smiling stands you shipyard. Same as everybody else. Tell them I send you. We're old friends. Willst du mich begleiten? Will you join me? Äh, alas. I cannot go to sea. An old war injury. I'm sure you understand. Was für eine Kriegsverletzung denn? Aber gut. Right. I'm off. Good luck. Be sure to wear your mittens. And your galasches. And don't forget to write. Bye now. Ja, sicher. Ich schicke eine Postkarte. Haben wir doch mal den Krug mit? Und den Krug auf. Wir sammeln mal Krüge ein. Ich denke, es ist voll von diesem fehlstuhlten Piraten-Drink. Es ist kalt. Hm. Dann gehen wir doch mal weiter. Tipptopp. So. Der arme Koch. Hm. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob er wirklich so traurig ist wegen der Gouverneurin oder weil alle seine Kunden weg sind und er pleite geht. Gut. Da denke ich, können wir nicht mehr viel. Können wir nochmal hier zur Voodoo-Lady eigentlich gehen? Hm. Hm. Hello? Yikes! So, you have returned to learn future. Yes, I must go after the governor. You must first find others to help in your cause. I really hate that flashing. Makes me see spots. Quiet. I am getting another vision. You must. Must what? What? You must go to Monkey Island. Once there, you will search for the ghost pirate, LeChuck. He hides deep, deep beneath Monkey Island. There is only one thing powerful enough to destroy LeChuck. What? It's an ancient root. Once prepared, the root can destroy a ghost with one touch. Yeah. Ah. I'm getting more. More vision. Spill it. I see the cannibals that live on the island. They are helping you or eating you. I can't tell. The vision isn't coming in clear anymore. Great. Now go and find the one that loves you, but be warned. Don't worry. I'll watch out for LeChuck. Not of LeChuck. Not of LeChuck. Of yourself. What you will find out about yourself and your world. It will terrify you. don't delay. Yeaah. Now we know more. So that we want to be on Monkey Island is now not a new Game show. There are some cannibals. And how that looks. Yeah. Viele kids were talking about the Blue Lady. geredet. Gehen wir mal wieder raus. Gehen zu Durchgang. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich eigentlich hin wollte. Irgendwie bin ich einfach dem Pier entlang gelaufen. Ich glaube noch mal zu Otis. Den müssen wir ja unbedingt da irgendwie rausbringen. Wenn ich dich rauslasse, kommst du zu meiner Crew? Wie können wir den dann rausholen? Was war das nochmal mit den Krügen? Fällt mir gerade nicht mehr ein. Wie freundlich er ist. Ja, Plündern klingt gut. Insbesondere weil ich Pirat bin. Ja, Plündern klingt lustig, jetzt dass ich ein Pirat bin. Und habt ihr Reservierungen, Sir? Reservierungen? Für Plünderung? Oh, ja. Sehr populär, wenn die Gouverneur weg ist. Chaos würde passieren, wenn wir jetzt nicht ein System haben. Ach, wie schräg. Ja, natürlich habe ich reserviert. Ach, das habe ich vergessen, hätte ich vorbestellen sollen. Gee, I don't have Reservations. Should I have called a head? Of course you should have called a head. This is a very popular place now. We are booked solid for the next five hours. But I might be able to squeeze you in around the two o'clock hour. Would that be okay? Ja, das klingt gut. Nein, ich muss vorher ein Schiff erwischen. Ja, das wäre gut. Super. Ich lasse dich für 1 an, um die Gouverneur's Mansion zu 2.30 Uhr zu lösen. Ahoy da, fancy pants. Was willst du? Ich wollte ihm doch erzählen, dass die Gouverneurin gestohlen wurde. Äh, entführt wurde. Erzählen das jetzt mal einfach allen hier. Wusstet ihr, dass die Gouverneurin gekidnappt wurde? Wusstet ihr, dass die Gouverneurin gekidnappt wurde? Wusstet ihr, dass die Gouverneurin gekidnappt wurde? Äh... Well, yes, we knew about that. Warum steht die Nose rum, anstatt was zu tun? Helft mir, diese körperlosen Kidnapper zu verfolgen. Kann ich euch für einen Urlaub auf Monkey Island begeistern? Oh. Kann ich interessieren Sie in eine Dream Vacation zu Monkey Island? Weil dieses Sudden change in local government ist, ich bin bereit für Sie eine once-in-a-lifetime-prise auf einem Flugzeug zu der scenen Wunderland. Monkey Island! Und die wunderschöne Sache ist das Preis! Absolutely free! All Sie müssen Sie machen können, und Island Paradise kann Ihnen sein. Free! Und wir müssen einfach nur die Gouverneur während wir sind. Uhhh... Well... Die Gouverneur kann wahrscheinlich take care of herself. Und wir sind ein bisschen busy hier. Ja... Und wir haben die Circus zu denken. Wir haben die Elefanten. Und wir haben diese Minutes. Entschuldigung! Ich bin sorry, wir einfach nicht mehr gehen bei dieser Zeit. Schade. Die kommen schon mal nicht hin, unsere Crew? Und er hier? Entschuldigung, aber du... Jetzt ist es nur du wieder. Ich habe dir gesagt, es gab nur eine in der Existenz. Jetzt bin ich verloren. Okay. Dann laufen wir mal hier wieder entlang. Am Pier entlang. Am Hafen. So. Zum Felsvorsprung. Zirkus. Handelsplatz für gebrauchte Schiffe. Genau. Ein Schiff brauchen wir ja auch noch. D hoor. Das geht schon mal ja. howdy i'm stan of stan's previously owned vessels. and i'd stand on my head to make you a deal. what sort of craft are you looking for? Big, fast, slow. you want it and Ich habe es. Und wenn ich nicht habe, ich bekomme es. Ich möchte dir einen Deal mit, dass du dich glücklich bist. Denn wenn du nicht glücklich bist, ich bin nicht glücklich. Aber ich weiß, dass du hier glücklich bist heute. Wie ich weiß? Juste an alle diese Schiffe. Ich habe etwas für alle. Komm, ich schaue dich. Schaue dich an. Also sag mir, was du heute interessiert hast? Lass mich sehen, das beste Schiff, das du hast. Hey, es ist schön zu sehen, dass man die Qualität appreciiert hat. Ich habe nur die Böse für dich. Walken hierher. Das ist ein Schiff fit für ein König. Ich meine, wir sprechen 15 Staterooms, eine Fireplace in jederzeit. Wir sprechen zwei Poolen, eine Indoor, eine Outdoor. Wir sprechen Rotating Ballroom. Wir sprechen Heated Crowsnest. Wir sprechen 200 feet of ocean-going decadent. Und alles für einen hohen Preis. Speaking of Preis, wie viel würdest du spenden? Ja, ich glaube, das ist so das Problem. Ich glaube, wir haben gar keine Kohle mehr, ne? Geld spielt keine Rolle. Eigentlich wollte ich was auf Kredit kaufen. Oh, no. Oh, oh. No more than 173 pieces of eggs. Ich habe lediglich dieses Gummihuhn. Eigentlich wollte ich was auf Kredit kaufen. Oh, okay. Oh, okay. Haben wir echt noch so viel Geld? Ich habe 371 pieces of eggs. Ich denke, wir müssen hier über komplett verschiedene Schiffe sprechen. Ich habe lediglich dieses Gummihuhn. Ich glaube, ist dieses Gummihuhn. All ich habe ist, ist dieses Gummihuhn. Genau betrachtet ist das nicht ganz das Richtige. Auf der zweiten Idee, das könnte nicht das Schiff für mich sein. Okay, aber ich sage dir, ich habe ein Gefühl, dass du hier heute mit einem neuen, vorhin gehandenen Vessel verlassen. Also, was anderes kann ich dir zeigen? Der Stan, wie er immer mit seinen Armen umherfuchtelt. Far to the north, where the sea is as unforgiving as the men are tough and, hey, you wouldn't happen to be from there, would you? You just seem to have a sort of Nordic quality about you. Anyway, we're talking about a real value here. How much would you like to spend? Jetzt kommen wir nach dieselben Sachen wieder. On second thought, this may not be the ship for me. Okay, but I tell you, I got a feeling, you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. So, what else could I show you? I don't really have that much to spend. Have no fear. Every ship I sell is a bargain. But if you're looking for a real steal, I've got just the boat for you. Walk this way. This here is the famous Sea Monkey. The only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say, anything. You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like many before, to find the legendary secret of Monkey Island. And like many before, they disappeared forever. Their fate? A mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard. Some claim it was sailed back by a crew of chimps. Chimps? There aren't any chimps in the Caribbean. Oh, shut up. It makes a good story. Anyway, this baby's mine now. That is, until someone makes me an offer. Or how much would you like to spend? Yeah, yeah. How the ship came back from Monkey Island. Good. That remains open. Yeah. And of course, we don't have any fuel. On second thought, this may not be the ship for me. Of course it isn't. You're looking for a much bigger boat. I can tell. So, what else can I show you? That spiffy blue one by your office looks nice. Of course it does. It's mine. And it's not for sale. What else can I show you? Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, sure. Think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. I forgot to give you my card. And here's something else to remember me by. A compass? An extra strong magnetic compass. With your picture on it. That's right. It always points directly back here. So, if you're looking for a good deal, you know where to go. I'll be right here when you come back. But I can't guarantee that any of these ships will. Right. They're moving fast today. Yes, sirree. Can't hardly keep anything in stock. He'll be back. There's no answer. Der ist ausgeflogen. Der ist ausgeflogen. There's no answer. I want you too far. I'll be right there. Thank you.